Ja, aber nicht. Oh, nimmst du mich? Ja. Juhu, guck sie, die Coin. Sie ist die Coin, sie ist die Coin. Kannst du mir hier? Sie ist die TV, ja? Sie ist die TV. Ja, ich hol dir wieder, wo sind die Coin? Randalierer. Geh weg, go away. Ist das eine Element-Hose? Ja. Das ist eine Element-Hose. Eine Element-Hose. Eine Element-Element-Hose. Eine Element-Hose. Eine Element-Hose. Hör auf, Bösewicht. Ernst? Bei meiner steht es hier auf dem Schropp? Was? In welcher Marke das ist? K-A-E-W 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 Echt? Ja, das sind nur... Ich hab das alles auf Video, oder? Nein, du wirst schon richtig so... Wann müssen wir aussteigen? Um 10. Dauert schon noch nicht. Ich schrei schon wieder. Die Hose hab ich glaube ich auch. Nee, ich fähr noch ganz rum. Fahr mal noch eine Runde. Nee, ich fähr keine Runde. Ich fähr dann erst noch mal da hinter, dann da wieder so... Das ist ein Pupf. Alle Wege führen nach Gefehl. Vielleicht könnten wir ja immer hier drin bleiben, und irgendwann sind wir im Gesäß. Genau. Glaub ich auch. Was für ein Gesäß? Ah, im Gesäß. Der war scheiße. Dann sind wir am Arsch der Welt. Der war gut. Ist das ein Gesäß am Arsch der Welt? Die Witze werden immer schlechter abends. Kann das sein? Ich weiß schon, weil er schwimmt dem so schlecht. Warum schwimmt er immer noch? Hast du denn schon mal drauf gesagt? Hast du denn lieber noch mal das mit der Marmelade? Ja, also... Das war mit dieser I love London, genau. Und da hab ich gesagt, dass man oben abschneiden kann und nur im Kopf nehmen kann. Und dann hat er den Vergleich gemacht, dass es das gleiche wäre, wie wenn eine Marmelade gut riecht, aber scheiße schmeckt. Dann hat er gesagt, jetzt filmt er auch noch. Jetzt filmt er auch noch, oder wie? Bist du ein Poser? Bist du voller Mitläufer? Seid ihr beide schwul und ihr seid nicht böse. Ist ja auch geil. Ist ja auch kein Wunder, weil er ist ja wirklich ein Mitläufer. Also nicht der, der andere. Ja, und dann... Genau, und da haben wir ein Haus gesehen, wo Fenster waren, wo sie dann mit Backstein hinzu gemacht haben. Und genau, deswegen hat er Heimi den Vergleich gebracht. Das gleiche wäre, wenn man eine Grube baut, aber dann wieder zu schön. Und ich hab heut einen Vergleich gebracht. Wenn man alte Gebäude anschaut, ist es genauso, wie man sich ein Porno mit alten Leuten anschaut. Weil man weiß vorher, dass es scheiße ist, aber wenn man es sich anschaut, ist es noch schlechter. Der war nicht schlecht. Den hab ich nur dem Martin erzählt. Ihm hab ich den erzählt. Ich hab immer noch gefilmt. 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 Ich hab mir noch gefilmt. Ich schaue keine Pornos. Ja, ja. Nein, überhaupt nicht. Nur die, wo du mitspielst. Mit deinen Seekühen. Ja. Seekühen sind sexy, das wollen wir gerne Seekühen. Und der Martin auch, gell? Den ganzen Tag essen und schwimmen. Ja, und man ist fett, aber den anderen ist egal, weil sie auch fett sind. Genau, und das Fett braucht man ja für den Winterschlag. Genau, da mag man recht. Und wenn man nicht fett ist, dann stirbt man, weil das Fett nicht ausreicht. Man muss fett sein. Wieso muss das jetzt erspucken? Ich hab nicht gesch... macht ja nix. Macht ja nix. Echt, wie er in die Hose gelangt hat. Meine ist die Schülse, nein, meine ist Hesme. Meine ist cool. Yeah! Ja, ich auch hier. In der Rause mit einem Hummeltananzug. Nee, Hummeltan. Hab ich da in der Frage, was Hummeltan ist? Hummeltan. Hummeltan, ob es ein Essparadies ist oder was? Ja. Was ist dein Freund? Man, das ist ein Problem bei meiner Trafeganz. Du musst jetzt deine Hände betrifft ziehen. Jetzt sind wir in Monument, da waren wir doch auch schon mal. Oben ist es voll weit. Doch, da waren wir heute schon ab. Schau doch nicht gleich an. Schmiedel, warum sagst du nix mehr? Nur wegen dir hab ich die Kamera eigentlich angemacht. Er ist schauer. Er ist immer hinter der geringen Stange. Bring mir doch mal das schöne Zeichen da aus. Hau. Guck. Romeo und Juliet. In drei... Wo? Er löscht das Video eh wieder, gell? Nein. Nein? Das kommt in Facebook. Doch. Ja, du machst ja nix Schlimmes. Ja, ich hab wenigstens die Vergleiche erzählt. Ja, und ich hab auch einen guten erzählt. Ja, genau. Und der Heim hat die Geiosik. Erzähl doch mal. Oho, scheiße. Mach doch was. Wenn ihr das in Facebook stellt, kann ich... Ey, wenn ihr das in Facebook stellt, kann er mich anzeigen. Boah, warte. Ja, aber echt. Wenn ihr das in Facebook stellt... Das ist so ein Möchte, das ist so ein Schlaumeier. Aber wenn ihr das in Facebook stellt, dann kann ich ihn verschossen. Uuh. Boah, jetzt einfach mal die feine Schnauze halten, ey. Ich sag's dir nicht. Das war überhaupt kein Witz. 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 Das ist der erste Kirche. Die ist Schauspieler. Sagt der Bösewicht. Nein, die ist gar kein Schauspieler. Der war gut. Hast du das gehört? Ja. Das war so ein Bösewicht. Aber ich weiß nicht. So, wo waren wir jetzt? Warte, wir wissen, was wir da sind. Echt? Er hat gerade das Video von dem Allbehinderten und Thomas so ein Kitzelt getanzt heute. Wir müssen jetzt, glaube ich, die nächste raus in den Tower hören. Wo sind wir denn? Eine noch. Eine noch. Ja, wir sind jetzt hier in den Tower hören. Tower hören? Ja, wir fahren jetzt in den Tower hören. Noch mal. Das ist das Video im Facebook. Das ist viel zu lang. Nö. Ist doch egal. Sieben Minuten.